Hallo zusammen, heute kommt mal wieder ein Video aus unserer Interview-Reihe mit den Politikern. Ihr habt die Diskussionsrunde schon gesehen, hoffentlich mit den vier drogenpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen von Linken, Grünen, SPD und FDP. Jetzt die Einzelinterviews heute für Gelegenheiten wie heute für die Partei, die mit dem roten Touch Richtung lila, habe ich extra ein blaues Hemd ein bisschen rot verwaschen und begrüße heute den drogenpolitischen Sprecher der Linken, Nima Mova. Ja, hallo. So, erstmal ein bisschen was zum Persönlichen, dein Werdegang. Du bist jetzt, glaube ich, die dritte Legislaturperiode im Bundestag gewesen, schließt sie gerade ab. Was hast du vorher gemacht? Studiert, glaube ich, Jura? Genau, bevor ich im Bundestag gekommen bin, habe ich Jura studiert bis 2009 und dann wurde ich in den Bundestag gewählt. Also habe ich das Studium abgeschlossen und dann kam ich auf die Landesliste und kam in den Bundestag. Drei Perioden. Ich habe letztens bei dir noch im Facebook-Profil gesehen, glaube ich, die unterschiedlichen Wahlplakate. Immer vier Jahre später wird er langsam älter und so. Das sieht man, ja. Hast du Direktmandat auch, einen Bezirk da irgendwie gehabt? Also, genau. Ich habe in Oberhausen Dienstlagen kandidiert, alle drei Male. Direkt natürlich nicht gewonnen, wie das so oft so ist mit den kleineren Parteien, dass sie nicht direkt gewinnen. Deshalb gibt es ja die Landeslisten, die wählt ihr mit eurer Zweitstimme, um das Wahlrecht schnell mal zu erklären. Und das ist halt die wichtige Stimme gerade für die etwas kleineren Parteien. Gut. Trotzdem ein Gruß nach Oberhausen. Alle, die da zugucken, euer Wahlkreis Linker sozusagen im Bundestag zum ist gewesen. Jetzt hörst du auf. Du hast angekündigt, du trittst nicht wieder an. Tust du offensichtlich auch nicht. Mittlerweile ist ja auch klar. Warum? Ja, ich fand zwölf Jahre reichen. Ich war jetzt zwölf Jahre im Bundestag und wir leben ja in einer Demokratie. Das bedeutet natürlich, dass nicht die Leute von, weiß ich nicht, 25 bis 65 im Parlament sitzen sollen, sondern es soll natürlich Wechsel geben. Und ich fand zwölf Jahre sind eine lange Zeit und es ist mal Zeit für Veränderung. Genau. Und deswegen habe ich gesagt, jetzt reicht es, jetzt sollen wir gerne andere übernehmen und ich will nochmal was anderes im Leben machen. Was denn? Ich werde ab November ins Referendariat gehen, ins Rechtsreferendariat hier in Berlin. Zwei Jahre. Genau, das ist so der Plan. Mein zweites Staatsexamen machen, Volljurist werden und dann gucken, wie es weitergeht. Vielleicht kann man ja auch da noch Drogenpult schon irgendwie was bewegen, mitten im System drin sozusagen. Nochmal kurz. Vielleicht die nächste Richtervorlage zum Berufsverfahren. Ja, genau. Wer weiß. Richter könntest du also dann auch werden. Ja, logisch, ne? Genau. Als Volljurist kannst du alles werden. Also Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwalt, Unternehmensjurist, alles was es gibt. Okay. Ja, da klingt spannend. Vielversprechend. Auch justiziales DAV. Ja, ich glaube, da können wir nicht konkurrieren mit den Gehältern von Richtern. Aber ja, wenn man was Gutes machen will, kann man das natürlich dann auch tun. Einmal so, ah, mal gucken. Aber nochmal zurückgeguckt, zwölf Jahre zuvor. Was war deine Motivation, in den Bundestag zu gehen? Nun, ich fand, dass vieles in diesem Land, oder ich finde es ja immer noch, dass vieles in diesem Land sozial ungerecht läuft. Dass die Schere zwischen Arm und Reich immer größer wird. Genau, dass wir zu viel Geld in Rüstung geben, statt in sinnvolle Sachen. Ja, und dann war für mich die Frage, was kannst du politisch bewegen, wo kannst du was reißen? Und ich fand damals schon, das war ja damals noch die PDS, als ich Mitglied geworden bin im Jahr 2000, er hatte in vielen Punkten gute Programmpunkte. Genau, und bin dann da auch eingetreten. Die waren übrigens auch schon damals für Cannabis-Legalisierung, also auch das schon sehr lange. Habe mich übrigens schon damals auch dafür interessiert im Übrigen. War jetzt nicht so mein absoluter Schwerpunktthema, war durchaus ein Thema, wo ich noch weiß, wie ich mit Genossinnen und Genossen heftig damals diskutiert habe. Weil da ist natürlich auch immer Diskussionsbedarf, mal mit Älteren oder so. Genau, und so wurde ich halt politisch aktiv und im Bundestag, ja, weil man natürlich auch was verändern möchte. Also man möchte natürlich beitragen, was zu verändern zum Besseren. Ja, also bessere Welt ist ja immer sozusagen so das Credo und das fängt ja auch im Kleinen an. Und ja, deshalb habe ich gesagt, Bundestag ist eine Möglichkeit, ich bin sehr politisch interessiert, das auch umzusetzen vielleicht. PDS, da können wahrscheinlich viele Zuschauer gar nichts mehr mit anfangen. War ja auch, also diese Westabteilung, die Ostabteilung zuerst, kann sein, dass die Westis schon damals für Legalisierung waren. Die Linke dann später ist erst offiziell 2005 ins Boot gekommen mit einem Legalheitsbeschluss für das Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2005. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese Zeit, ja, du bist da motiviert reingegangen, wolltest was verändern, die Welt besser machen und so, jetzt hast du zwölf Jahre hinter dir. Wie ist dein Fazit? Hat es was gebracht? Ist das eher eine gute Erfahrung gewesen oder eher nicht? Nun, ich war ja jetzt zwölf Jahre in der Opposition. Da fragt man sich ja manchmal, was kannst du denn da bewegen in der Opposition? Und wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wir können ja kleine Anfragen und Anfragen stellen. Also kleine Anfragen und sonstige Anfragen. Und darüber kann man schon den einen oder anderen Skandal aufdecken. Also wir hatten ja zum Beispiel zu Cannabis eine kleine Anfrage gemacht und mal die Argumente der Prohibitionsbefürworter, namentlich der Bundesregierung, mal abgefragt. Da kam natürlich argumentativ nicht viel. Also solche Sachen kann man eben machen und das dann vielleicht in die Medien bringen, dadurch ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit für Themen schaffen. Man kann Themen setzen, also durch Anträge und so weiter, mit denen man dann möglicherweise auch nochmal gehört wird in der Öffentlichkeit. Also es geht im Prinzip in der Opposition, finde ich, immer darum, ein Stück weit das bessere Gemeinwohlkonzept zu dem, der der Regierung vorzulegen. Und ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also wir leben in einer Demokratie, heißt es, es gibt Regierung und Opposition. Es gibt diejenigen, die regieren und diejenigen, die kontrollieren. Und deshalb ist, glaube ich, das, was ich da in meinen Bereichen gemacht habe. Ich war ja acht Jahre im Entwicklungsausschuss, habe Entwicklungspolitik vor allem gemacht, ein bisschen auch internationale Drohungspolitik. Dann in den Rechtsausschuss, dann auch vor allem viel Drogenpolitik gemacht. Da konnte ich an verschiedenen Punkten, wenn ich jetzt ins Detail gehe, so viel Zeit haben wir nicht, konnte ich schon Akzente setzen und hier und da mal der Regierung ordentlich auf die Finger hauen. Ja, also ich sehe das auch so von außen betrachtet, dass da auch eine starke Opposition wichtig ist, was ja speziell bei den Linken ja auch eine wichtige Ansage ist sozusagen. Weil ja viele immer sagen, okay, wenn du jetzt wirklich Legalisierung in die Regierung bringen willst, dann wähl lieber die Grünen, weil die Linken haben eh sehr unwahrscheinlich wenig Chancen auf Regierungsbeteiligung. Aber da sage ich dann auch, Druck aus der Opposition ist genauso wichtig. Eine Legalized-Partei in der Regierung ohne Druck aus der Opposition reicht halt auch nicht. Da wird auch nicht viel passieren. Haben wir ja auch früher schon gesehen. Insofern haben wir eine schöne Situation, dass eben jetzt mehrere Legalized-Parteien da sind, die eben den Schuss gehört haben sozusagen, Legalisierung muss jetzt mal sein. Und ja, eine Stimme für eine starke Opposition ist auch keine schlechte, so würde ich unterschreiben, sage ich mal. Dein persönlicher Zugang zum Thema Drogenpolitik, jetzt sagst du, dass dich damals schon interessiert, als du eingetreten bist in die PDS und so. Wie bist du dazu gekommen? Also was für einen Zugang hast du zu dem Thema? Also ich habe schon damals immer gedacht, was soll da bitte daran schlimm sein, wenn jemand einen Joint raucht? Was ist, wem tut der was? Das habe ich schon damals gedacht. Später, als ich Jura studiert habe, kam noch der Gedanke dazu, also auch nochmal rechtlich, also keine Fremdschädigung, ausschließlich Selbstschädigung. Wenn du rauchen, Alkohol trinken darfst, dann darfst du doch auch, warum sollst du dann nicht Cannabis rauchen dürfen? Das macht gar keinen Sinn. Genau, also ich habe ein tiefes Gerechtigkeitsempfinden, muss ich sagen. Also ich finde schon, ich bin in einer gerechten Gesellschaft leben, in jeder Hinsicht gerecht und es ist schlicht ungerecht, was bei der Cannabis-Politik passiert. Ja, und das ist so ein bisschen für mich der Antrieb zu sagen, also diese Ungerechtigkeit möchte ich ganz konkret beenden. Klingt sehr ähnlich, wie ich selbst geredet habe, kurz vorher irgendwie, als ich angefangen habe mit dem ganzen Gedöns. Solange jetzt noch fast alle Zuschauer hier sind, Richtung Ende der Videos, wird es ja immer so ein bisschen, wir gehen die Zahlen runter und so, jetzt hast du noch viel volle Aufmerksamkeit. Deswegen jetzt was früher als sonst. Deine persönliche Message an die Zuschauer, was willst du der Cannabis-Community mitgeben? Also erstens möchte ich euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben, geht wählen am 26.09. Ihr könnt auch jetzt schon die Briefwahl beantragen. Es ist, glaube ich, wichtig, in der Demokratie sich auch einzubringen. Davon lebt sie. Das hat aber auch vor allem noch einen Effekt. In der Demokratie sich einzubringen mit seinen eigenen Interessen heißt auch, dass sie eher in der Politik gehört werden. Das heißt, wenn Menschen, die zum Beispiel für die Legalisierung von Cannabis sind, auch wählen gehen und Parteien wählen, die für die Legalisierung stehen, zum Beispiel die Linke, dann bewegt sich möglicherweise auch politisch eher was. Ich möchte aber auch noch sagen, es reicht nicht, wählen zu gehen. Es ist nicht ausreichend, um Cannabis zu legalisieren. Wir brauchen mehr Druck auf der Straße. Drei bis vier Millionen Menschen rauchen Cannabis in Deutschland, konsumieren Cannabis in Deutschland. Und wenn diese Menschen alle kämpfen würden für die Legalisierung auf der Straße, dann wäre Cannabis morgen legal. Jawohl. Kommen wir mal zum Parteiprogramm der Linke ein bisschen detaillierter. Kannst du mal kurz skizzieren, was steht drin im Programm, was fordern die Linken offiziell in Sachen Drogenpolitik? Also der Oberpunkt für uns ist Cannabis legalisieren. Wir sagen, dass das Verbot weg muss. Es ist eine Fremdbestimmung, die auf Menschen ausgeübt wird. Jeder soll selber entscheiden. Wir wollen das nicht moralisch werten, ob jemand Drogen konsumiert oder nicht. Und deshalb sagen wir Cannabis legalisieren. Wir wollen alle Drogen entkriminalisieren. Also wir wollen auch bei den sogenannten harten Drogen, was ja auch ein sehr problematischer Begriff ist, aber bei den anderen Drogen wollen wir auch entkriminalisieren. Wir wollen nicht, dass Konsumentinnen und Konsumenten von der Polizei strafrechtlich verfolgt werden. Wir wollen safer use ausbauen. Wir wollen Harm Reduction ausbauen. Wir wollen also mehr Drogenkonsumräume, konkret in dem zum Beispiel die Pflicht, dass eine Verordnung des Landes nötig ist, damit eine Stadt einen Drogenkonsumraum macht, wegfällt. Das wäre in Bayern zum Beispiel ein großer Segen. Wir wollen Drug-Checking ermöglichen. Auch mobil, nicht nur stationär. Ja, wir wollen Cannabis als Medizin vereinfachen, die Regelungen. Zurzeit ist es ja wirklich mit vielen Hürden belastet, bis man mal einen Arzt findet. Die Genehmigung der Krankenkasse, das wollen wir weghaben, diese Genehmigungspflicht. Ja, und insgesamt würde ich sagen, haben wir ein relativ ausführliches drogenpolitisches Programm. Also das längste von allen Parteien, die zur Bundestagswahl antreten. Mit einer klaren Stoßrichtung. Ja, und vielleicht um noch einen Punkt zu Cannabis zu sagen, uns ist es einen Punkt schon noch wichtig. Was wir jetzt nicht wollen, ist, dass wie bei der Tabakindustrie am Ende da irgendwie drei große Player sind, die Milliarden verdienen und möglichst viel verkaufen wollen. Sondern wir wollen Cannabis-Social-Clubs. Wir wollen Cannabis-Social-Clubs, das heißt, mitgliederorientierte, geführte Vereine, die Cannabis selbst anbauen. Wir wollen den Eigenanbau ermöglichen, dass man also zum Eigengebrauch auch Cannabis zu Hause bei sich anbauen kann. Und ja, wir werden sicherlich auch in einem gewissen Rahmen Fachgeschäfte brauchen, zum Beispiel für Gelegenheitskonsumentinnen und Konsumenten. Da muss man dann über Regeln nachdenken, die verhindern, dass irgendwelche großen Unternehmen am Ende die großen Player werden. Weil es geht immer, finde ich, in erster Linie darum, Freizeitkonsum zu ermöglichen und Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Und große Player haben immer ein Interesse, möglichst viel zu verkaufen und wenig Interesse am Gesundheitsschutz. Genau, das ist nochmal so ein Punkt, da steht dann im Programm drin, wir wollen vorrangig nicht kommerzielle Möglichkeiten. Und das ist im Prinzip inhaltlich gemeint. Hast du meine Hauptkritik seit vielen Jahren an der linken Cannabis-Politik schon vorweggenommen? Ja, also erstmal wunderbar mit dem Eigenanbau, Anbauclubs und so weiter, gehört dazu. Da muss man bei den Grünen nachbohren, da steht Fachgeschäfte glasklar im Programm und das Cannabiskontrollgesetz lässt ja da keine Fragen offen. Übrigens auch mit der Deckelung großer Unternehmen, die wollen ja zum Beispiel auch die Zahl der einzelnen Shops innerhalb einer Kette deckeln und so weiter. Also auch Ansätze in eure Richtung ja dabei. Aber bei Eigenanbau muss man nachfragen so. Da kommt dann in den Wahlprüfsteinen da raus, beziehungsweise wenn man eben das Cannabiskontrollgesetz dann mal liest, was sie im Bundestag vorgelegt haben, das steht ja auch Eigenanbau mit drin. Bei euch ist es umgekehrt. Da steht halt nicht klar irgendwie drin im Programm von wegen, ja klar, wir wollen auch irgendwie einen Einzelhandel haben, wollen den regulieren, aber klar wollen wir den. Sondern da steht halt nur so schwimmelig nicht kommerzielle... Vorrangig. Genau, vorrangig nicht kommerziell, wo man sich fragt, was soll das jetzt sein? Und wenn man dann nachfragt, Wahlprüfsteine, dann kommt eben die Antwort, wie du sie dazu auch gebracht hast, ja gut, wird natürlich schon Fachgeschäfte geben. Finde ich einen interessanten Unterschied, sag ich mal, zwischen den beiden. Du hast außerdem gesagt, sehr ausführliches Programm. 90% davon sind Copy und Paste vom letzten Mal. Ist doch gut. Das heißt ja, dass wir schon beim letzten Mal die richtigen Punkte hatten. Wir haben aber zum Beispiel, ich habe darauf bestanden, beim jetzigen Entwurf, da steht jetzt wirklich drin, wir wollen Cannabis legalisieren. Dieser Satz war implizit schon vorher drin, durch das, was da sonst stand. Aber ich habe gesagt, nein, wir brauchen einen kleinen Satz, wo jeder nicht irgendwie sich was interpretieren muss, sondern völlig klar ist, was wir wollen. Also ein paar Punkte haben wir schon nachgezogen, auch mit der Führerscheinfrage, die wir reingenommen haben. Also ein paar Punkte haben wir, aber klar, wir haben natürlich auch vieles, die Grundlage war der alte Text. Das ist immer so, weil man natürlich erst mal schaut, was hatten wir schon, wir wollen ja nicht das Rad neue finden, sondern besser werden als beim letzten Mal. Für euch der kleine Hinweis an der Stelle, schaut euch auch unsere ausführliche Wahlanalyse an, wo wir das alles auseinander gedröselt haben, mit den Wahlprüfsteinen, mit den Programmen, was steht drin, was fehlt und so weiter. Könnt ihr alles nachlesen, inklusive Copy und Paste. Ja, wahrscheinlich hat außer uns kein Mensch das gemerkt. Und auch was neu ist, der Satz, wir wollen legalisieren, tatsächlich ist einer von wenigen Neuen da im Programm. Ja, was auch neu ist, die ganzen E's, E-Sport und E-Cigarettes und so, die stehen jetzt auch drin, auch vor 2017 waren die Themen noch nicht dabei. Ja, gut, ich denke, haben wir so einen ganz guten Überblick. Auch was die anderen Drogen angeht, hast du einiges erwähnt. Das ist sehr unterschiedlich. In manchen Programmen bei FDP und SPD zum Beispiel ist eigentlich Gesund-Cannabis im drogenpolitischen Teil. Ihr habt da auch ein bisschen was mehr zu bieten. Für die anderen Themen, ja, also auch noch mal an euch gesagt, da haben wir in der großen Runde, Diskussionsrunde mit allen Sprechern noch mal eine Runde gemacht, warum man denn aus anderen Gründen vielleicht noch die jeweilige Partei wählen sollte, welche Politik sonst ungefähr dahinter steckt. Diesmal lassen wir das. Ja, ich verweise auf diese Diskussionsrunde, guckt euch die an. Und zum Beispiel auf den Wahl-O-Mat, der ist online jetzt, wo ihr die anderen Themen mal abfragen könnt. Und ansonsten Programme lesen, ja, aber in den Teilen, die euch interessieren. Vielleicht auch bei den ganz kleinen Parteien mal reingucken. Ja, die werden hier natürlich ein bisschen unterbelichtet irgendwie, weil sich doch die meisten für die Großen interessieren. Also, bei anderen Themen müsst ihr halt gucken. Ja, ihr habt verschiedene drogenpolitische Angebote und den Rest müsst ihr euch dann auch dazu überlegen. Wie geht es weiter bei dir persönlich jetzt? Du hast gesagt Referendariat. Verschwindest du aus der Politik oder bleibst ihr irgendwie erhalten? Also, ich bin ein hochpolitischer Mensch. Natürlich werde ich der Politik erhalten bleiben und als politisch interessierter Mensch. Aber ich gehöre ja auch dem Parteivorstand der Linken an. Wurde da dieses Jahr reingewählt. Und genau, und werde dort mich auch für eine gute Drohungspolitik einsetzen. Und ich mache mal ein Beispiel. Wir sind ja nicht weit weg davon, dass möglicherweise Rot-Rot-Grün kommt nach der Bundestagswahl. Ich fände das durchaus gut. Aus vielerlei Punkten. Also, ich glaube, die Sozialpolitik, Umweltpolitik passt da perfekt zusammen. Aber ich glaube, auch bei der Drogenpolitik ist das sozusagen die Garantie-Koalition für die Legalisierung von Cannabis. Und es ist ja so, dass die Parteien miteinander den Koalitionsvertrag verhandeln. Das heißt, als Parteivorstandsmitglied werde ich wahrscheinlich eine Runde zur Gesundheit Drogen mit dabei sitzen. Und werde mich natürlich dort dann einbringen für eine Cannabis-Legalisierung. Insofern ist es sogar so, dass ich wahrscheinlich da sehr involviert sein werde noch, falls es so kommt. Ja, man weiß es ja nicht. Aber ich hoffe, dass es so kommt. Und werde mich dann dort auch entschieden dafür einsetzen. Also, ich bleibe der Politik, sag ich mal, würde ich mal sagen, so eineinhalb, also nicht der zweiten Reihe und nicht der ersten Reihe, sondern irgendwie dazwischen ein bisschen erhalten. 1,5 Reihe, so. Das war ein interessanter Gedanke. Vor ein paar Wochen wäre Rot-Rot-Grün fast noch irgendwie undenkbar gewesen. Und alle haben gedacht, so, ja gut, was hat es weg? Was kommt denn jetzt? Und jetzt könnte theoretisch sein, dass du da nochmal eine ganz entscheidende Rolle spielst irgendwie. Mal sehen, wie das weitergeht mit dem Wahlergebnis. Das bleibt spannend. Vielleicht nochmal so zur Frage Frust. Ja, da frage ich gerne alle, die jetzt eben für Legalisierung jahrelang gekämpft haben und da letztendlich sagen, viele nichts erreicht haben. Auch wir kriegen den Vorwurf immer, ihr habt ja gar nichts erreicht. Faktisch ist ja so, ist nach wie vor keine Legalisierung passiert, auch keine Entkriminalisierung. Die Cannabiskonsumenten werden mehr gejagt als je zuvor. Die Strafverfolgungszahlen steigen immer mehr. Der Verfolgungsdruck steigt nach wie vor. Viele sind frustriert da draußen, viele Aktivisten und so. Bist du auch frustriert nach den Jahren im Bundestag? Was sagst du diesen Leuten? Ich sag diesen Leuten, ich sag euch sozusagen, die vielleicht jetzt hier als frustrierte zuschauen, es hilft nichts frustriert zu sein. Man muss weiter kämpfen. Also wer kämpft, kann verlieren. Da gibt es ja den Satz, aber sozusagen, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das ist von Berthold Brecht. Und insofern, glaube ich, muss man immer weiter kämpfen. Und wir haben jetzt, glaube ich, die besten Chancen, dass Cannabis legalisiert wird. Nach dieser, also in der nächsten Legislatur, nach der Bundestagswahl. Nie waren die Chancen höher. CDU und CSU sind auf einem krass absteigenden Ast. Danke an Armin Laschet an der Stelle. Und weil sozusagen die Union de facto keine politische Rolle mehr hoffentlich spielen wird nach dieser Bundestagswahl, haben wir, glaube ich, die besten Chancen, dass sich endlich was bewegt. Also es war noch nie so wichtig, jetzt sozusagen zu kämpfen. Und ich will auch sagen, wir haben nicht nur Niederlagen gehabt. Also wir haben Cannabis als Medizin 2017 durchgesetzt. Das ist ein großer Erfolg, darf man nicht unterschätzen, dass selbst die Union dafür gestimmt hat. Also das ist schon, finde ich, ordentlich. Weil damit ist ja sozusagen ein wichtiger Schritt getan. Also das ist zumindest bei Schwerkranken, die haben die Chance, Cannabis verschrieben zu bekommen. Das ist für diese Menschen sehr gut und wichtig. Und es sind ja auch Zehntausende, die davon profitieren. Und der nächste Schritt ist aus meiner Sicht die Cannabis-Legalisierung. Und wie gesagt, die Chancen standen die höher. Also wählen gehen und ja, dafür kämpfen. Fast schon ein Schlusswort, aber eine Frage, die ich allen gestellt habe, muss ich bei dir jetzt auch nochmal unterbringen. Irgendwie auch für diejenigen, die denken, der Handverband ist jetzt nur ein YouTube-Kanal sozusagen. Wir spielen ja da auch in der ganzen politischen Debatte mit. Und ich wage sozusagen mal die Runde, Frage-Runde an alle, welche Rolle spielt der Handverband bei der ganzen Sache von aus deiner Sicht als Politiker, als Zuständiger im Bundestag für das Thema. Wie hast du da die Arbeit des Handverbandes wahrgenommen? Hast du vielleicht irgendwelche Tipps noch oder so für uns? Also ich finde, der Handverband ist der große Player in Deutschland, wenn es um Cannabis-Legalisierung geht. Also die große, sag ich mal, außerparlamentarische Opposition, die für die Legalisierung streitet, die wahrnehmbar ist, auch im politischen Raum durchaus wahrnehmbar ist, die fachkundig ist. Es ist ja auch nicht ohne Grund so, dass der Handverband immer bei Runden im Bundestag bei Anhörungen im Bundestag, wo es also um das Thema Cannabis geht, auch immer als Expertin und Experte eingeladen ist, weil eben da die Expertise ist. Und ja, also ich finde schon, dass der Handverband total wichtig ist und es auch eine Möglichkeit ist, auf jeden Fall, wenn man sagt, ich möchte nicht in eine Partei eintreten, weil mich interessiert nur ein Thema jetzt ganz wichtig, dann ist natürlich der Handverband, finde ich, die erste Adresse in Deutschland, auch dadurch, dass ihr ja Ortsgruppen habt, also auch vor Ort verankert seid. Und ich habe schon mal den einen oder anderen von vor Ort bei euch kennengelernt, sind wirklich gute, also fachlich auch sehr gute Leute dabei. Genau, also insofern finde ich, ist der Handverband extrem wichtig in Deutschland. Gut, danke dafür. Dann sind wir jetzt beim Schlusswort. Du hast eigentlich schon alles vorweggenommen, ja, ich habe hier noch stehen, welche Koalition wäre die beste, was erwartest du jetzt? die beste Koalition, hast du schon gesagt, ist natürlich Rot-Rot-Grün mit Beteiligung der Linken dann in dem Fall, brauchen wir nicht nochmal wiederholen. Insofern gebe ich dir das letzte Wort, oder jetzt noch einmal einen Satz sozusagen, deine Prognose, wie sicher ist die Legalisierung nach der Wahl, sagen wir mal so, vielleicht dazu noch. Weltweit legalisieren ja immer mehr Länder, also wir haben Kanada, das legalisiert hat, immer mehr US-Bundesstaaten und wahrscheinlich auch oder hoffentlich bald auf Bundesebene in den USA. Immer mehr Länder setzen auf eine Drogenpolitik, die also nicht so prohibitiv ist, weil die zum Beispiel Toleranzpolitik machen oder entkriminalisieren. Das zeigt alles, es verändert sich was global und Deutschland wird da, hoffe ich, nicht als letzter dastehen. Also die Argumente der Legalisierungsbefürworter sind die besseren und zwar deutlich besseren. Die Prohibitionsbefürworter haben nur noch Cannabis, ist kein Brokkoli, das ist sozusagen die letzte Verteidigungslinie, die sie haben. Kann man ja auch nicht viel gegen sagen, ist zum Glück kein Brokkoli. Ja, oder insofern glaube ich, dass die Legalisierung kommt und ich glaube eigentlich, sie kommt in der nächsten Legislaturperiode. Also alles andere würde mich überraschen. Ich glaube schon, dass es in der nächsten Legislaturperiode kommen muss und wird, außer irgendwie, jetzt haben nochmal Grüne und SPD ordentlich Skandale und Laschet kriegt total Aufwind, was ich jetzt nicht glaube in den letzten Wochen vor der Wahl, sondern ich glaube sozusagen die Umfragen, die jetzt sind, bilden schon sehr nah das Wahlergebnis ab und genau, deshalb sind wir da glaube ich auf einem guten Weg und waren noch nie so nah an der Legalisierung wie jetzt. Vielen Dank für deine Zeit. Ihr müsst wählen gehen, ihr habt da jetzt nochmal gehört, wir sind hier durch mit der Reihe Interviews mit Politikern. Schaut euch die große Diskussionsrunde an, die anderen Politiker, macht euch ein Bild, macht euch eine Meinung, geht wählen, schaut euch unsere Wahlanalyse an und dann sind wir gespannt, was nach dem 26. September passiert in Sachen Cannabis-Politik. Euch noch einen schönen Tag und einen ruhsamen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank.